Ja, Grüezi miteinander, einen schönen guten Sonntagnachmittag hier auf Schweizer Sportfernsehen. Ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heissen zum ersten internationalen Bobrennen von Gaborgia. Wunderschöne Wetterbedingungen, Bob sind heiss, die Leute, Fans, Publikum ist bereit. Wir haben hier am Start Schweizer Team Nummer 1, der Pilot Stefan Meister, der erste Co-Pilot Michael Schoch, hinten dran Thies Widler und als Bremser Thies Wolvensberg. Wir hoffen natürlich, dass Sie gerade auch in Ihrer ersten Fahrt auf dieser neu errichteten Bahn eine super Zeit werden anlegen. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen. Merci vielmals. Team Schweiz 1 am Start. Team zusammen, ich bin einfach gehört Untertitelung des ZDF, 2020 P favor, p favor, p favor, p favor, p的是 , p favor, p are p favor, p favor, p Solante B L insanely bad-p favor, p demonavent bevig bub comprar F-L, Sieptionern, B, E significa die oder ich nü qui clothierst, die incorporating Koro heating finanzen Les hip manyelling Pop, 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 yeah, was für eine wunderbare Zeit. Das war die erste Abfahrt auf der Weltpremiere Popbahn in Gaborgien. Und die Schweiz ist eine einmalige Zeit von 30,3 Sekunden beitragen. Wir gratulieren an den Pilot, Steffen Meister, dem Code-Pilot Michael Schoch, Wittfahrer Thies Wiedler und der Bremser Thies Wolvensberg für die licentationelle Abfahrt und geben zurück ins Studio. Merci, auf Wiederholen. Danke. Vielen Dank.